Die Berufswahl ist für Schüler und Eltern ein wichtiger Schritt im Leben. Daher gibt es jedes Jahr im September den Tag der Bildung in Zwickau mit über 330 Ausbildungsmöglichkeiten. Bisher auf dem WHZ-Campus in Eckersbach findet das Sprungbrett Zukunft 2018 erstmals im Konzert- und Ballhaus Neue Welt statt, und zwar am kommenden Samstag von 9 bis 14 Uhr. Unser Tag der Bildung ist ja eine traditionsreiche Veranstaltung und wir haben erstmalig den Ausübungsort mit der Neuen Welt gewählt, weil auf dem Campus leider Baumaßnahmen stattfinden und wir dadurch so platzmäßig eingeschränkt werden, dass wir uns dafür entschieden haben, mit allen Kooperationspartnern zusammen das Ganze in die neue Welt zu legen. Der Tag der Bildung ist, wenn man so will, der krönende Abschluss von Komm auf Tour. Bei der gleichnamigen Projektreihe konnten Siebt- und Achtklässler seit dem 4. September in der Muldentalhalle Wilkau-Hasslau nach ihren persönlichen Stärken suchen. Ihre dabei gemachten Erfahrungen können sie nun in der Neuen Welt mit den Ausbildungsbetrieben besprechen. Sie können sich Informationen holen, ist es tatsächlich so, was sie sich vorgestellt haben. Die Ausbildungsbetriebe werden auch live dann da sein und werden sagen können, welche Anforderungen kommen. Und das Ganze soll ja dazu führen, dass die neuen Auszubildenden mit einem festen Berufswunsch auch ihren Ausbildungsvertrag unterschreiben. Ja, für alle die Schüler, die leider nicht auf Tour teilnehmen konnten, die können auch diesen Interessenparkour nochmal durchleben, den die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stellt. Auch diese Schüler können dann nochmal ihre Stärken testen oder wissen, wo soll denn die Reise hingehen. Es werden insgesamt 79 Aussteller da sein. Es ist erstmalig ein riesengroßes, breites Spektrum an Angeboten, wo die Schüler sich sehr gezielt informieren können. Für diejenigen, wo es schon feststeht, die können sich einen Bewerbungsmappencheck holen, professionelle Bilder können geschossen werden für ein Bewerbungsformat. Sie können mit Berufsberatern nochmal in Kontakt treten, um sich nochmal beraten zu lassen. Aber das Hauptaugenmerk liegt bei unseren Ausstellern, die dann ihre potenziellen Auszubildenden dann quasi auch live erleben können. Auch wenn sich der Tag der Bildung vorrangig an Schüler richtet, über 18-Jährige sind ebenfalls willkommen. Wir sind alle herzlich willkommen, die noch keine Berufsausbildung haben, weil für eine Berufsausbildung ist es nie zu spät und da wird dem Alter keine Grenzen gesetzt. Welcher Partner kann die Arbeitsagentur am 15.09. zurückgreifen? Ja, wir sind sehr froh darüber, dass wir hier einen Landkreis mit im Boot haben, dass wir die Stadtzweger mit im Boot haben, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaft, die Wirtschaftsförderung ist mit dabei. Und wir sind so ein Netzwerkverbund schon über viele Jahre, die da gemeinsam diese Veranstaltung dann auch unterstützen, finanzielle Mittel dazugeben und das dann alles zu ermöglichen. Das ist quasi der Tag zur Berufs- und Studienorientierung vom gesamten Landkreis. Alle Schüler und ihre Eltern sollten sich daher den Samstagvormittag freihalten und in der neuen Welt vorbeischauen. Ein besseres Sprungbrett in die Zukunft gibt es nicht.